Ja, also wir spielen Hardcore Team Deathmatch. Das heißt, Team Deathmatch, klar, aber ohne Anzeigen, ohne Anzeigen. Genau, ohne Anzeigen und stirbst schneller. Wie? Allerdings sterben halt die anderen auch schneller. So, wenn wir die mal ein bisschen freischalten. Du hast gerade so einen Typen, die haben alle eine spezielle Fähigkeit. Da könnte irgendwann mal erscheinen, dass du auf Q dein Spezial verwenden kannst. Dann springt er so auf den Boden und haut da so eine Stacheln im Boden und die machen ordentlich Kaboom. Ja. Kannst du die Typen voneinander unterscheiden? Haben die Kopfbanner? Na, da steht dann halt der Name. In rot. Blausen die eigenen. Achso, und Dings ist mit an. Teamkill. Und nach drei Teamkills wirst du vom Server gekickt. Oh, shit. Ja, da musst du dich ein bisschen fahren, da ist die Camper-Sau, ey. Jetzt ist er weg. Ach so, was du mal hasse, ey. Die können nichts anderes. Hast du Doppelsprung, hast du Schubdüsen? Ich weiß nicht, ob du die auch schon hast, aber ich glaube die hat man standardmäßig. Ja. Ja. Und wenn die entlang laufen und so. Schon wieder der Typ, ey. Wird wahnsinnig. Jumee, jumee, jumee. Ja, am Anfang wirst du da ganz schön auf die Fresse kriegen. Das ist auf jeden Fall eine ganz schöne Umgewöhnung. Und man muss die Maps erstmal kennen. Und nach Möglichkeit hätten wir uns runterfallen. Ja. Vorsicht, da liegt eine Mine oder sowas. An der Ecke. Ups. Boah, wo sind denn die Typen überall, ey. Ups. Ah. Hast du den einen dann abgeknallt? Ecke? Ne. Ecke. Oh. Und da hebst du Granaten. Die sind so Leuchtfackel mäßig. Da darfst du denn auch nicht drin loben. Okay. Alter. Vom eigenen Mann. Ja, sorry. Huuu. Ecke. Oh, ich krieg ja nur auf die Schnauze. Nicht nur du. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, heute Vormittag lief das alles noch. Aber... Ich weiß nicht, jetzt sind wahrscheinlich die ganzen... Cheater, Camper, Dreckpenner, alle wieder aus ihren Löchern gekrochen. Ich weiß nicht. Zit. Und wenn du... ... anfangen... ... wir sind mit dir mit ihnen zu verdienen. Oh, krass. Hier waren so viele Leute von uns, ey. Und keiner hat den abgeknallt. Wahnsinn. Feindlicher Wächter im Einsatzgebiet. Wie hart auf den Sack. Naja. Und wo denn jetzt schon wieder waren? Mann, ey, was ist denn hier los? Hm, da war ich zu langsam. Verbündete Vorräte nähern sich. Nein! Achtung, feindlicher Dart im Operationsgebiet. Ich dring dich an. Och. Man fliegt mir hier ständig um die Ohren, das ist nur zum Kotzen. Ja, ich krieg's die Zeit auch voll auf die Schnauze. Jetzt denke ich immer längere Zeit eine positive KD, aber jetzt... Achtung, feindliche Konterdrohne ist aktiv. Fliegst du auf alle Fälle Ratzbad auf der Schnauze? Ja. Wenn du magst, können wir ja danach mal das normale Team des mitspielen. Fliegt man nicht ganz so schnell auf die Fresse. Allerdings die Gegner auch nicht. Ach, wo kommt der denn schon wieder her? Die Mission war ein Reinfall. Geht mir aus den Augen. Na ja. Ups.